Wer wird stärker im Arm drücken? Diese Challenge machen wir heute in Roblox gegen IDZOK und was er nicht weiß ist, dass ich insgesamt über 10.000 Robux ausgeben werde, um zu gewinnen. Natürlich gibt es wie immer eine richtig krasse Bestrafung für den Verlierer, deshalb schaut bis zum Ende, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert und jetzt viel Spaß. Eins und zwei und drei und vier. Ja, warte mal. ID-Blocks, Bro, was machst du denn hier? Was geht ab, Lumex, Bro? Ich bin ja dick am Pumpen, Alter. Das ist süßlich. Ja, ich auch eins und zwei und drei, Junge. Ja, komm, zieh ihn durch, Alter. Bro, für was trainierst du eigentlich, du Lauch? Ja, weil wir werden gleich gegeneinander Arm-Wrestling machen. Arm drücken, ja. Ja. Boah, ich sehe auch, guck mal, Leute, das ist so ein Arm-Wrestling-Simulator. Hier kann man quasi so Arm drücken gegeneinander. Ey, ich glaube, du bist aber aktuell noch stärker. Ich lasse mal kurz gegeneinander machen. Komm mal her, Junge, wenn ich draus. Ja, 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 komm, komm, alles klar, Bro. Komm her. Wir machen jetzt eins gegen eins, Alter. Und? Wie geht das? Let's go. Wie geht das? Nein, du bist stärker. Nein. Oh, 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 nein. Okay, eine Runde, Testrunde, hast du gewonnen. Aber wir können es ja so machen. Wir machen jetzt 30 Minuten, dann powern wir uns ein bisschen aus so. Und wer am Ende stärker ist und gewinnt, bekommt 10.000 Robux vom anderen. Hä? Okay, Bro, das machen wir. Also, ich sage es mal so. Du bist gerade halb so stark wie ich. Ja. Wenn du es schaffst, stärker als ich zu sein, dann, dann Props, dann Props an dich. Ja, okay, 10.000 Robux einfach, okay? Okay, ja, machen wir, komm, machen wir. Okay, okay, ich gehe jetzt trainieren, ne? Ich gehe mal hier an Bizeps, ich nehme mal schon die 2-Kilo-Handel. Ja, ja, mach das mal. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Also, all die Leute, das hört mich jetzt nicht. Ey, ich werde natürlich wieder pranken und richtig viele Robux ausgeben, damit ich hier stärker werde. Guck mal, er will gerade flex in seiner Handel. Warte, wir muten uns kurz, Leute. Der macht hier irgendwas, Leute. Was? Ich mache gar nichts. Er macht hier irgendwas. Nein. Guck mal so, ich gehe schon zum ersten Kampf, Bro. Ja, ja, mach mal. Sieh dir das mal an, Mann. Mach mal. Let's go. Boah, Bro, ich habe echt, ich war, das ist ein Fehler von mir mit den 10.000 Robux. Du bist schon so krass gerade. Ja, 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 ja. Ich beeile mich, Alter. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir diesen Tycoon gespielt haben, wer ist der stärkste Bodybuilder? Da war ich ja nicht mal auf Level 3 oder so. Du warst schon am Ende des Spiels. Ich habe auch mal Fehlern gelernt hier. Ja, ich merke, du, Bro, du bist einfach besser. Du hast schon 250. Guck mal, Bro, ich bin immer noch ein Loop. Ja, so sieht es aus, Mann. Ja, okay. Vielleicht muss ich auch einfach mal anfangen zu trainieren und nicht so voll rumzustehen. Warte. Ja, absolut. Ich hole mir jetzt auch noch mal die 1-Kilo-Handel und trainier ein bisschen, so. Ich hole mir jetzt anders Stärke, Bro. Ich hole mir jetzt über dieses Teil. Du musst dir diese Handstärke-Dinger da, ne? Ja, Mann. Die sind richtig anstrengend. Ja, Bro. Ey, Digga, du bist schon bei 300. Ich bin gerade bei 100 erst mal. Ja, Alter, meine Handstärke ist auch sehr wichtig. Guck mal meine Muskeln an, Alter. Siehst du? Ja, ey, ich sage dir ehrlich, ich glaube, Bro, du bist einfach zu stark für mich, Digga. Ja, das denke ich auch, Bro. Das denke ich auch. Aber ey, du kannst ja noch stärker werden, ne? Also, gib die Hoffnung nicht auf. Hast du eigentlich schon Haustiere, Bro? Nee, also, nee. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir brauchen ein paar Haustiere. Ich glaube, die bringen uns nämlich auch dann so Multiplier und so. Ach, wirklich? Moment, ich habe keine Ahnung. Hier, meinst du hier? Ja, ja, warte, warte, warte. Ich muss mal gucken. Ich habe schon welche. Ich rüste hier mal aus. Warte. So, zack. Guck mal, ich habe jetzt so ein paar Haustiere ausgerüstet, Bro. Äh, Alter, wo hast denn du das jetzt auf einmal? Ja, die habe ich freigeschalten. Oh. Eine Million Stärke schon. Oh. Was? Ja. Er macht eine. Zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen. Er hat drei Millionen, Bro. Er hat das Spiel durch. Er macht halt, er macht halt auf, auf, ey, aber auf ganz andere Substanz macht er hier. Ja, guck mal. Jo, er hat zehn Millionen. Ja, warte, warte. Bro, das ist doch die kleine Handel. Ich muss mir mal die große Handel holen. Nein, die große Handel, die musst du drücken. 40 Millionen, 100 Millionen. Komm, lass mal, lass mal, Bro, einmal Arm drücken, komm. Du dachtest wirklich, du gewinnst, Bro. Einmal Arm drücken, Bro. Ja, komm, komm. Okay, ich springe mich an. Easy. Du bist kacke, Junior, du bist ein Lauch. Ein Lauch bist du. Bro, Bro. Also, ich muss eine Sache sagen. Für 100 Millionen Stärke sieht es halt genauso aus wie vorher. Ja, Bro, guck mal, die Kraft liegt hier heute in den Händen, in den Armen, Bro. Aber guck mal, damit du wenigstens ein bisschen eine Chance hast, ich gebe dir einen Tipp, was du machen kannst. Du kannst hier überall alles mal zwei kaufen, wenn du oben aufs Plus drückst. Dann bekommst du quasi die doppelte Stärke und du kannst hier im Shop, ich glaube, für 600 Robux so Eier kaufen. Da habe ich mir ein paar gekauft. Gebe ich dir nur als Tipp so, weil ich wäre, dass du wenigstens ein bisschen eine Chance hast, ne? Dann probiere ich das mal eben. Ich hole noch ein paar Geschenke in Anspruch. Ja, ja. Okay, aha, aha. Leute, ich bin doch mal gemutet. Ey, ihr dachtet bestimmt gerade alle am Anfang, dass ich verlieren werde. Aber ich habe euch gesagt, wir werden das gewinnen. Ich gebe richtig viele Robux aus. Und deshalb werden wir jetzt auch weiterhin Robux ausgeben, weil ich werde ihn auf jeden Fall nicht gewinnen lassen. Ich habe jetzt einen kleinen Tipp gegeben, wenn du wenigstens eine Chance hast. Aber Leute, wir werden gleich noch viel, viel mehr Robux hier ausgeben. Ihr seht zum Beispiel, es gibt hier nochmal so ein Bundle. Kostet 300 Robux, Leute. Aber ich werde hier wirklich alles kaufen. Ich kaufe mir das Bundle, Leute. Dann, wir kaufen uns hier den VIP-Pass. Da bekommen wir nämlich 3x nochmal fürs Training. Also, Leute, wir werden hier heute wirklich ab und nochmal weg rassieren. Ich gebe hier wieder alle 10.000 Robux aus, dass wir das Ganze gewinnen werden. Ich würde sagen, wir ermuten uns jetzt schnell. Und dann geht's weiter. Wir haben sonst gar keine Chance gegen Lumex. Keine Chance? Ich werde keine Chance haben. Wie bitte? Bro, Alter, du bist ja am Cheaten hier die ganze Zeit, Mann. Ich gehe jetzt hier erstmal ein bisschen Schläge machen. Wo kriege ich diese Haustiere denn? Im Shop, Bro. Im Shop und dann ganz links. Es gibt so böse Eier. Okay, warte, ich kann mal aufgeladen. Ich schlage jetzt hier erstmal ein bisschen aufladen. Bro, ich mache... Boah, guck mal, ich kann den Goldmann schon schlagen. Guck mal, Bro. Oh mein... Yo, er macht halt so viel Damage. Bro, ich habe schon 1,1 Billion Stärke. Der Typ ist ja krass drauf, ne? Du hast eine Spinne als Haustier. Das sagt schon alles. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz gucken. Ich brauche mal hier erstmal ein paar Handstärke. Handstärke habe ich nämlich noch gar nichts hier. Äh, okay, okay. Kurz hier ein bisschen Handstärke machen. Zack, so, zack. Jetzt können wir uns direkt den Großen hier abholen. Boom. Okay, Alter, es ist ja richtig anstrengend hier. Man muss sich ja richtig... Der hat schon den Stärken... Bro, du hast gerade 2.000 Stärken. Was bist denn du für ein Noob, Alter? Junge, ich mache hier auf ehrliche Art und Weise. Hast du überhaupt schon einen von diesen Bossen hier besiegt? Ja, hast du schon einen besiegt, hä? Ja, ich habe den vor dir besiegt. Ich kämpfe jetzt gegen den Lehrer, Alter. Oh, guck mal, Bro. Fuck. Siehste? Du findest dich cool, weil du gegen den Lehrer gewonnen hast? Guck mal, ich hebe hier gerade schon. Komm, ich probiere jetzt direkt den nächsten. Ich probiere jetzt den Gym Rats. Die Fitnessratze. Kriegst du die Hilfe? Ich habe meinen Arm. Nein. Guck mal, Bro, ich mache First Try den Boss. Guck mal, guck mir zu. First Try den Boss hier. Achtung, guck, First Try. Okay. Easy. Easy. Bro, Bro. Gibt es hier noch was zu entdecken oder hast du es jetzt durch? Hä? Ja, wie gesagt, du brauchst halt Haustiere, Bro. Komm, wir drücken nochmal gegeneinander. Luft aus der Schule. Ach so, man kann in den nächsten Level dann rein. Ja, dafür musst du quasi Siegel sammeln, indem du diese Bosse fertig machst. Aber du kannst dich auch kaufen. Aber erklär nochmal, wie ich diese Haustiere kriegen kann. Ja, immer noch. Links ist doch der Shop, Bro, oder? Guck mal, links. Shop-Symbol. Ja, 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 da ist der Shop, da ist der Shop. Was muss ich mir kaufen, Bro? Und dann ist doch da, steht doch einmal Roma-Ei und böses Ei. Ganz links. Ja, genau. Und dann kannst du unten 10 Eier kaufen für 600 Robux. Okay, komm, ich kaufe mir 10 böse Eier einfach mal. Oder nein, ich hole mir die Roma-Eier, ja, komm. So, und dann... Was ist das? Oh, das habe ich gezogen, Leute. Okay, not bad, Mann. Oh, nein. Und die letzten zwei Kottelige der... Nein. Okay. Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Gar nichts. Gar nichts. Oh, wie viele Haustüre kann man ausrüsten? Drei Stück nur. Schade, Mann. Okay, ich habe ihn geupgradet. Ähm, ähm, ähm... Was, Bro? Was machst du? Ähm, ähm... Gar nichts. Ich... Gar nichts. Er macht hier irgendwelche Sachen. Nein. Er macht hier was, Leute. Nein. 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 Bro, ich würde das niemals machen. Ja, 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 ja. Wo bist du? Warte mal, warte mal, warte mal, Bro. Ich werde jetzt hier... Ich werde jetzt hier... Pass mal auf, Leute. Bam! Sieben Millionen. Bam! 20 Millionen. Let's go! Ähm, ich... Wie viel... Wie viel Pets hast du ungefähr, wenn ich fragen darf? Wie viel Pets? Drei. Drei? Warum? Wieso? Ja... Wieso fragst du? Ähm, weil... Jetzt kommt's. Ähm... Was fragt ihr hier? Ich bin hier gerade noch an... Also, ich bin gerade noch beschäftigt. Ich lass mich noch ganz kurz... Bro, ich zeig dir jetzt mal was ganz anderes, Alter. Das würde dich beeindrucken. Pass mal auf, Bro. Ich hab nämlich... Ich hab nämlich... Hier, pass mal auf. Äh, ich zeig's dir jetzt mal. Ich hab den legendären Phönix, Alter! Was hast du? Legendärer Phönix, Bro! Ähm... Guck mal! Ja, warte... Ja, warte, 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 warte. Ich zeig dir auch kurz mein Haustier. Warte kurz. Äh, äh, okay. Aber warte mal. Wie upgradet man die, Bro? Wie upgradet man die? Ähm... Lass mich dir kurz... Ich... Ich... Ich will dir auch noch gleich meine Haustiere einmal zeigen, ja? Aha. Okay. 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 Ja, bin ich mal gespannt, Bro. Ich mach mir erst mal hier kurz mal den... Warte noch ganz, ganz kurz, okay? Ja! Er hat einfach den ganzen Zoo! Er hat einfach den ganzen Zoo! hinter sich! Junge! Warte, 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 warte! Ey, ich glaub, leider, die Pfannen sind gerade gestorben. Wow! Ich hab die geupgraded! Wie? Alter! Warte, 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 warte. Ich muss kurz gucken. Warte, warte, warte. Wie viel... Wie viel bekomme ich jetzt, wenn ich... Warte? Warte, ich seh's mal. Alter! Er macht einfach eine Billionenstärke! Ich halte die ganze Zeit Haustiere frei! Hä? Warte mal! Ich krieg jetzt... 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 ... die Billionenstärke gerade mache. Oh mein Gott! Er macht hier alles! Bro! Bro, ich geh an seine Haustiere! Ich geh an seine Haustiere frei geschnitten! Ja, aber wie? Wie, 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 wie? Bro, wie? Bro, ich hab schon zwei Trillarden Stärke, Digga! Alter! Er macht hier so einen! Er macht hier den hier! Was ist das hier? Gratis, Magier! Was für ein Ei? Soll ich hier kaufen? Ey, ich kann Eier öffnen! Oh, Magier! Mythisch! Digga, Bro! Ich krieg... Ich krieg so krasse Eier gerade die ganze Zeit! Digga! Ich hab ein mythisches bekommen! Ist das wirklich gut? Er freut sich über ein mythisches Pad, Digga! Oh mein Gott, Bro! Ist das... Ist das gut? Warte kurz! Ich weiß nicht! Ich krieg ganz weit noch Haustiere die ganze Zeit! Ich krieg immer noch Haustiere! Bro, ich hab schon... Ich hab so viele Haustiere gerade! Ich hab keine Ahnung... Okay! Ich muss mal upgraden hier! Ich weiß, wie die Haustiere beim Fitness helfen können, aber okay! Aber okay! Ja, okay! Bro, meine Haustiere! Ja, ja, ja! So, jetzt nehm ich die stärkste! Zack, Alter! Wir müssen natürlich alles trainieren, Leute! So, okay! Ich hab jetzt alle meine Haustiere bekommen! Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz hier alle upgraden! Ja, kannst du mir mal erklären, wie man hier bitte, ähm, hier irgendwas bekommen kann? Also, wie kann man seine Haustiere jetzt upgraden? Ähm, du kannst bei Haustiere unten auf alle herstellen drücken! Und dann kann man die quasi so upgraden! Schenkst du? Ah, warte! Haustiere, alles herstellen! Was hab ich jetzt gemacht? Guck dir mein Zoo an! Guck dir mein Zoo an! Ich hab die Katze! Oh Gott! Ey, Bro! Sobald ich Schläge bekomme, ich bekomme die ganze Zeit, äh, Haustiere geschenkt! Weil ich halt quasi schon so, ähm, so viele Punkte mache, dass ich zu Belohnungen bekomme die ganze Zeit! Alter, ich sehe, der ist VIP! Hat sich VIP geholt, ne? Ja, 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 ja! Also, ich hab jetzt schon... Ich hab fünf Drei-Jahre! Wie viel Stärke hast du? Ähm, Bro, ich hab 1,1 Bio! Aber egal, ich sammle jetzt, ich sammle jetzt nämlich Trophäen, damit ich hier diesen Raum verlassen kann! Ja, das mach ich doch auch jetzt! Guck mal hier, ich kämpfe die ganze Zeit gegen den Boss jetzt! Easy! Ja, ich auch, Mann, komm schon! Komm schon, Junge, der ist, der ist... Du kriegst den auch easy hin, oder? Äh, ja, ja, ganz einfach! Lass mal gucken, ob du ne Chance gegen mich hast! Guck mal hier, lass mal gegeneinander kämpfen, Bro! Ja, ja, ich will das mal wissen! Okay, okay, Bro! Digga, warte mal! Ich hab noch irgendwelche Arme! Oh! Was? Warte, ich hab Kissen! Der hat einfach ein... Yo, warst du diesen Arme denn her? Alter! Tich! Was ist das denn? Okay, komm, 1 gegen 1! Bruder, ich mach dich fertig! Warte, 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 1 gegen 1! Warte, warte! Und, und, und! Ich mach dich fertig! Oh! Gott, Alter! Die Anzeige hat gebackt! Ey, warte mal, Bro, Bro, Bro! Bro, ich kann dir Siegel klauen! Guck mal, ich hab Siegel bekommen! Verlierst du Siegel? Komm noch mal her! Nein, nein, ich hab keine verloren! Ich hab keine verloren! Aber ich bekomme Siegel, wenn ich dich besiege! Schau mal! Ey! Bro, kannst du mich einmal gewinnen lassen? Okay, komm, ich lass dich einmal gewinnen, Bro! Okay, alles klar! Bro, ich werde jetzt gewinnen! Pass mal auf! Ich mach nix! Ich mach nix! Ich mach nix! Nein! Ich komm nicht voran! Ich trinke kurz meine Fanta, okay? Ey, nein! Bro, ich muss ja mal... Ich muss mal kurz hier auf dem Bildschirm ein bisschen draufdrücken! Nur ein bisschen aber! Nur so ein bisschen! Nur so ein kleines bisschen! Oh! Oh! Leute, das ist ja so unfair, ne? Man kann hier gar nichts schaffen, ey! Warte mal, ich muss mal kurz hier ein paar mehr... Ich muss mal kurz hier ein paar Siegel kaufen, ey! Ich mein, ich muss ja mal in die nächste Welt hier langsam rein! Wird ja sonst langweilig! So, was gibt's denn noch? Magische Eier! Oh! Hm! Hm, ja! Ähm, also... Ich öffne jetzt nochmal so ein Ei! Ich glaub, ich hab jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit! Ich mach jetzt mal acht Eier auf! Ja, okay! Ich hab jetzt aber auch was getestet! Und zwar... Zack! Und? Wow! Ich hab nur legendär und mythisch und ewig bekommen! Ich bekomm keine schlechten Pads mehr! Ey, aber die Pads sind voll schlecht, die man sich da ziehen kann! Also, die bringen echt wirklich wenig! Ja, Bro, guck dir mal an! Der Multiplikator von dem Phoenix, den ich hab, ist ja... Was hast du für einen Multiplikator? Der auf dem ist 300, aber die anderen haben 47.000! Äh, also warte mal, mein Best... Also, mein Bestes-Pads gibt, äh, 45 Millionen Multiplier! Boah, ich hab jetzt auch fünf Pads hier, Alter! Ich hab jetzt auch fünf! Äh, guck dir mein Zock! Ich hab'n Dino dahinten! Guck mal, ich hab'n so'n goldenen Dino! Hat einfach'n goldenen Dino! Junge, wie? So, warte! Hier ein bisschen Handdrücken wieder! Guck mal, guck mal, wie viel ich mach! Ich mach' 70 Billionen pro einmal drücken! Boah! Boah, what the hell, Alter! Wie komm' ich hier raus? Ich brauch' 15k, um den Champion geschlagen zu haben! Ja, ich hab'n doch! So, haben wir noch ein Geschenk beanspruchen wir nochmal! Zack! So, gibt's noch einen neuen Arm? Ich hab' schon den stärksten Arm! So, was gibt's hier noch? Ah, okay, das sieht auch gut aus! Was? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Warte! Ja! Was ist das? Oh Gott! Digga, ich hab' mir grad' so'n krasses Haustier gekauft! Hey, jetzt nicht! Ich bin gespannt, Mann! Ja! Let's go! Jetzt mach' ich schon 100 Billionen pro Klicker! Let's go! Ja! Oh mein Gott! Alter! Junge, da braucht man sich nicht wundern, dass der Typ ein Problem hat mit Ausgaben, ne? Der hat ein Ausgabenproblem hier! So, 3, Trillionen Stärke, zack! Jetzt mal hier am Glücksrad drehen, achtmal! Ja, ist ja gut, ist ja gut, Alter! Ist ja gut! Brauch' schon, gönn' ein Glücksrad, gönn' ein paar Siege! Oh! Wo kriegt man denn... Bro, man kann ein richtig krasses Haustier ziehen, Bro! Okay! Man kann so 0,001 Prozent... Oh! Okay! Das war so knapp, Digga! Ja, aber wo kriegst du die Siege her, Bro? Also, außer jetzt zu kämpfen? Hm... Ja, man kann es nicht kaufen! Wo? Oh! Im Shop! Ganz rechts, äh, Gewinne oben! Ah, ja, nee, da, 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 ich bin ehrlicher Typ, ich, äh, ich mach mir, ich mach das mit harter, harter Arbeit! Harter... Weißt du was, Bro? Ja, komm, Arm drücken! Ich hab keinen Bock mehr hier, ich lauf jetzt weg! Hey, wo bist du? Ich bin weg! Ich hab die Stuhle verlassen! Du hast genug Siege gehabt! Nein, 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 nein! Ich hab genug Siege! Nein, 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 ich, ich kauf mir jetzt hier, Achtung, Achtung! 28.000 Siege! So, zack! Ja, er kauft sich die Siege einfach! So, raus jetzt hier! Ich hab Angst, dass ich hier noch stärker werde! Hier, guck mal, ich bin jetzt auch im Garten, Kollege! Ja, hallo! Oh, aber ich bin schon woanders! Ja, ich bin schon im Spacely! Ja, ich doch auch! Hallo! Ist mir egal, Alter! Bam, 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 Junge! Ey, Bro! Zack, zack, zack! Ich kann hier am VIP-Boxer schlagen! Kannst du da auch schlagen, hä? Ja, Junge! Den VIP-Boxer! Ist mir egal, was du machst! Guck mal, ich hab... Ich kämpfe jetzt! Ich mach jetzt einfach gegen die Kämpfen, so! Direkt den Boss! Nein, nein, nein! Erstmal, erstmal machen wir hier den Kleinen hier! Dann mach ich den Zweiten, den Cyber! Bro, der kann nichts machen gegen mich! Selbst den, selbst ihn mach ich easy! Ich hab eine Einsatzkarte legendär bekommen! Ich auch! Ich hab eine legendäre Einsatzkarte bekommen! Ich auch! Was ist das? Wo kriegt man das her? Wo kriegt man das? Wo, wo löst man das ein? Ich weiß nicht! Wo? Ich, äh... Ich glaub hier hinten! Goldene Maschine! Rostkiste, äh, Jus! Jus! Ich hab eine Rostkiste! Ja, okay, ich hab irgendwas da bekommen, aber... Chance 0%, man kann hier legendäre... Oh mein Gott! Man kann legendäre Pads hier eintauschen, irgendwie... Oh! Und dann kann man ein Gold... Da kann man die vergolden lassen, aber die können halt weg danach sein, weißt du Okay, das ist krass! Aber wo kann ich dieses Ticket einlösen? Ich hab ein Ticket bekommen, Mann! Oh nein, die sind weg! Ich hab meine Pads gerade verloren! Egal, ich lass die vergolden! Ja, äh, du kannst jetzt gegen mich am Drücken machen! Ich bin gespannt, ob du genug Stärke hast! Komm her! Ich will die enchanten! Ich will enchanten! Was kann ich machen? Was... Wie mach ich das? Oh! Enchant Pad! Wow! Oh! Warte mal! Will ich verzaubern? Okay, komm, verzaubern wir den mal! Ah, das kostet Wiedergeburten! Ah! Ah! Okay! Ah! Okay! Okay! Kann man sich den kaufen? Also ich frage nur, also... Mach dein Haustür golden! Okay, äh... Ich geh so lang hier ein bisschen Bizeps trainieren hier, zack! Ich kann auch hier direkt das Stärkste ausrüsten! Aber was passiert denn, wenn man vergoldet? Ich probier es 40 Punk... Oh nein! Ich hab sie verloren! Ja, du musst alle einsetzen, du Idiot! Oh mein Gott! Nein! Er hat sein Pad... Er hat sein Pad verloren, Junge! Bist du dumm? Ich hab sie verloren! Bro, ich verliere meine ganzen Haustiere! Ja, du musst... Ich... Das macht... Bro, wenn du fünfmal das gleiche Haustier hast, dann hast du eine hundertprozentige Chance, dass du ein Goldenes bekommst! Ja, und jetzt hab ich... Ich hab meine besten Haustiere! Oh Gott! Ich hab so viel grad verloren! Nein! Du bist so ein Idiot! Okay, lass mal gucken, ob du mich im Handrücken schlägst jetzt schon! Komm mal her! Ja, jetzt bestimmt nicht, Alter! Wie viel stärker hast du denn? Du hast 4,6 Millionen, ich hab eine Quadriate! Guck mal! Komm her, komm her, komm her! Ich möchte aber ein Ei haben, Bro! Ich muss mir erstmal ein Ei kaufen! Ich muss mir wirklich ein Ei kaufen! Ei kaufen, sagen wir! Ja, ich muss ein Ei kaufen, Bro! Das kostet zwei Millionen! So, komm! Komm! Gönn was! Episches Einhornen! Ja, okay! Ich komm mir auch einmal eins hier, komm! Mythisch! Oh, das ist gut! Ey, die sind so schlecht! Die sind so schlecht, Mann! Die geben gar nichts, ne? Die geben gar nichts! Die sind so schlecht! Aber warum kann ich keine riesigen Haustiere herstellen? Das check ich nicht! Komm mal her, zeigen, ob du genug Kraft hast, du, Kollege! Ja, ja, okay, 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 okay! Achtung, ich komm jetzt, ich komm jetzt! Wo bist du? Hier, hier! Nein! Hier! Ich warte hier! Ich warte hier auf dich! Ich will drücken, komm her! Ich komme! Ey, Mann, ich hab meine Haustiere verloren! Das ist ja voll eine gute Sache! Ich mach gar nichts! Ich mach gar nichts! Dann los! Ja! Nein! Ey, ist das in Ernst? Nein! Ähm, ich besiege jetzt direkt den Endboss! Ich mach direkt jetzt den Endboss! Ich mach den Schurkel! Mein Haustier, Mann! Mein Haustier! Junge, nicht mal der Schurkel kann mich schlagen! Hä? Oh Gott! Bro, ich hab sechs Millionen Siege bekommen! Wie? Wie? Er kriegt sechs Millionen Siege, Alter! Ich hab neun Millionen Siege! Er kriegt sechs Millionen Siege! Ich geh gleich in die nächste Welt schon rein, Bro! Alter, wie? Okay, warte! Ich könnte es jetzt vielleicht schaffen! Ich krieg die ganze legendäre Eintrittskarten! Das wird schwer! Das wird schwer! Ich versuch's! Na los! Na los! Na los! So, Bro, ich geh jetzt einmal in die nächste Welt rein! Ich krieg nen Krampf in der Hand! Ich krieg nen Krampf! Ich bin am Strand jetzt! Oh mein Gott! Ja! Bam, bam, bam! Bro! Bro, Bro! Ich mach so viel Plus hier! Oh mein Gott! Junge, das ist so... Hey, du kannst mir ja mal ein paar Haustiere geben, oder? Hä? Handelsanfrage! Ablehn! Hey! Er will nicht handeln! Er will nicht handeln! Das gibt es nicht, Mann! Das gibt es nicht! Am besten ausrüsten! Ich hab jetzt die besten aus... Tschüss! Oh! Was ist das für ein Pad? Es gibt's ja nicht, Alter! 60 Millionen Multiplier! Ja, Mann! Das geht ja nicht! Bro! Okay, Mann! Bizeps! Bizeps! So! Oh mein Gott, Bro, vorbei! Ich mach 5 Trillionen! 5 Trillionen mit einem Handel! Ich mach da irgendwas... Ich glaub, ich hab gerade meine Stärke verbessert! Ich glaub, ich kann jetzt noch... Ich hab keine Stärke mehr, Mann! Kommst du jetzt in die neue Welt, dass du jetzt den finalen Abendrücken machen kannst? Das finale Battle, das müssen wir jetzt machen, Bro! Yo! Ich hab gerade wirklich meine ganze Stärke aufgegeben! Aber ich hab sie jetzt wieder raus! Warte, was ist das? Ich hab genau die gleiche... Ich... Ich hab mich grad verfünffacht durch die Wiederbelebungen! Hier kann man die Tickets einlösen! Oha! Yo! Yo! Man kann Void-Pets anfertigen! Wie krass, Alter! Das dauert 5 Stunden! Oh mein Gott! Ja, ich krieg das hin, Bro! Ich hab jetzt den Rhythmus! Meine Haustiere bringt mir zwar nicht die unnötige Stärke, aber ich krieg das schon hin! Ich komm mal zurück! Yo! Was sagst du denn zu meinen Haustieren? Sag mal Hallo! Ja! Ich sag mal gleich Hallo, Alter! Ich sag mal gleich Hallo! Er ist noch am Camp, Junge! Und wenn du meine Haustiere siehst, du wirst ja auch nur so denken! Ich hol mir gerade ein paar... Ich hol mir gerade einfach Tickets, ne? Ich hol mir... Du machst doch nicht mal den Endpost, du machst grad mal den... Sag mal Hallo zu meinen Haustieren erstmal jetzt hier, ne? Ja, warte, warte, warte! Wo kriegst du sowas her? Ey, jetzt mal ganz im Herzen! Wo kriegst du Haustiere her? Diese... Bei den Eiern da hinten, oder? Ich hab mir... Ich hab mir... Äh... Bei... Im Shop... Im... Ja... Warte, wo hab ich das her? Warte, hast du mir überlegen! Im Shop hat er wieder 5 Millionen Lobats ausgegeben! Ja, ich hab die im Season, im Premium... Im Premium Pass hab ich die gekauft! Bro, du hast vielleicht grad mal so 1% der Pads jetzt, die ich jetzt gerade hab! Junge, aber... Oh mein Gott! Ich seh's jetzt schon! Ich wüsste jetzt noch die letzten aus! Kann ich hier direkt auch den Endpost machen? Das ist einfach so ein riesen... So ein Krakenboss! Oha, Leute, der ist krass! Wow! Guck mal! Ey, Leute, selbst ihn... Selbst ihn könnte ich platt machen, den Krakenboss! Hä? Warte, ich mach jetzt folgendes! Ich opfere jetzt, äh... Den, den und den... Ah, warte, ich mach das jetzt gleich! Ich mach das jetzt gleich! Pass auf, Bro, ich mach jetzt... Jetzt mach jetzt einen ultimativen, äh, Move! Ich mach jetzt einen ultimativen Move! Ich mach 5 von denen! Dann opfere ich... 1, 2, 3, 4, 5! Und jetzt krieg ich... Mit 100% hab ich jetzt... Ein goldenes Haustier! Der macht ja einfach gar kein Damage! Also der... Der ist ja gar nicht so gut, wie ich dachte! Ey, Bro, guck mal, ich hab 150 Billionen Siege! Wann kommst du jetzt? Ich will jetzt den entscheidenden Bosskampf machen! Ja, okay! So, 200 Billionen... Ich kann jetzt schnell da laufen! Ich hab ne Spur freigeschalten! Ja! So, damit jetzt nochmal den Endboss hier, den Krakenboss fertig machen! Zack! Ich glaub, ich muss 20 Millionen Siege haben! Oh, Gott! 20 Millionen Siege, Bro! Wie viel hast du denn? Ich hab 200 Billionen Siege! Ja, ich hab 4! Ich hab 4! Pass auf, pass auf! Ich krieg das aber hin! Kann ich überhaupt zurückkommen? Ich komm mal zurück zum Fitnessstudio! Komm! Ja, ja, komm mal ganz kurz zurück! Nur ganz kurz zurück, Alter! Wir machen jetzt... Lass jetzt den finalen Bosskampf machen, okay? Und der wird jetzt entscheiden... Nein, ich wollte wissen, was hinter der Tür ist! Was für eine Tür? Du hast QA-Stärke! Was ist QA-Stärke? Ja, Quadrillion! Alter! Hau! Wie! Wie, Bro! Wie! Auf geht's zum Strand, Bro! Bist du jetzt zum Strand endlich? Ja, Mann! Also, ich wär jetzt an sich bereit für den maximalen, endlich finalen Abendrückenkampf, ne? Okay, Moment! Ich brauch noch ein kleines bisschen, Alter! Ich war noch ein bisschen... Wuuu! Eins, zwei, wie viele Trillionen Stärke brauch ich? Äh, um mich zu besiegen! Junge, er macht einfach... Oder was brauchst du? Was meinst du? Er macht einfach den hier, Bro! Guck mal, ich kann noch viel schneller schlagen, hörst du? Guck mal! Ja, ich schlag schon, so schnell es geht! Junge, es ist so schön! Kann ich noch einen Boss besiegen? Moment! Einen Boss muss ich noch vor und vor und vor besiegen! Probier mal den End-Boss! Probier mal den End-Boss! Den müsstest du doch reinkriegen! Der End-Boss, der braucht 1,8... A, ich hab T, Bro! Ich hab nicht mal... Ich hab gerade so den fettigen Pirat, Alter! Was?! Äh, ja, gerade so den fettigen Pirat, Alter! Hä, das ist ja übelkacke! Ja, egal! Komm jetzt! Komm jetzt, finales End-Boss-Battle! Abend, komm her! Warte, Bro, ich hab null Stärke! Du siehst es gerade, ich hab null Stärke gerade! Wo machst du null Stärke?! Du weißt immer noch nicht, wie ich das mache! Du weißt es einfach immer noch nicht! Hä, was machst du denn? Ach, du machst die Wiedergeburt, ne? Ja, weil da... Siehst du doch, ich bin schon wieder... Gleich wieder beim selben Niveau! Hä, warte mal! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Warte mal, warte mal! Eine Frage! Warum steht bei mir immer noch Noob und bei dir unsterblich? Hä? Ja, weil ich hab... Äh... Ja, siehst du? Weil ich die Wiedergeburt nutze! Ich mach jetzt auch eine Wiedergeburt! Ich kann... Alter, du kommst doch jetzt erstmal auf das klar, dass ich das... Oha, Bro, jetzt mach ich ja... Bro, jetzt... Ich mach ja jetzt schon direkt wieder alles voll! Ja, ja, das ist es, Bro, das ist es! Alter, du checkst es jetzt! Ich bin jetzt... Bro, ich kann die... Ich kann die Wiedergeburt durchspam! Ich muss einfach nur immer so... Bam! Hm? Ich bin... Äh, aber ich mach dich trotzdem easy, Blatt, Bro! Äh! Jungen, guck dir das mal an, Alter! Ich bin schon Ascendant! Ich bin Ascendant! Und trotzdem gewinnst du nicht, weil du schlecht wirst! Ja, weil du Tiere hast, die cheaten, Alter! Du hast Tiere, die komplett cheaten, Bro! Was machen die denn? Guck mal, ich bin jetzt schon Experte! Guck mal, ich bin Experte! Ja, okay, aber ich bin schon... Guck mal, wo ich bin! Aufstieg! Also, Ascendant oder so! Ich bin viel weiter als du! Ja, okay, 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 okay! Guck mal! Ja, okay, komm, wir machen jetzt Ambosskampf! Komm! Hier, komm her! Wir machen Top 3! Best of 3! Ja, Best of 3! Ich bin dafür, dass du wiedergeburt machst und dass wir auf ein selbes Level uns bringen! Das geht gar nicht! Sobald ich schlage, bin ich schon mal cool! Ey, ich hab einen Pixel verschoben! Ich hab einen Pixel verschoben! Was? Du hast einen Pixel verschoben? Ja, ich hab einen Pixel verschoben! Ja, noch einen! Nur einen Pixel! Siehst du? Noch einen! Ah! Ja! Nein! Nein! Hol wieder auf! Komm, hol auf! Hol auf! Wer versuchst du? Ich bin zu müde! Ich bin zu müde, Alter! Ich mach Autoklücken! Sag auf Wiedersehen! Oh nein, das kostet ja alles! Sag auf Wiedersehen! Nein! Sag auf Wiedersehen! Nein! 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 Meine wunderschöne Maus! Ich drück mit der Nase drauf! Guck! Er macht den Disrespect! Mit der Nase! Er macht den Disrespect! Mit der Nase! Mit der Nase! Mit der Nase! Mit der Nase! Ich bin raus hier! Das ist mir zu! Ey, wir haben gesagt, best of free! Du hast doch zwei Chancen! Komm! Finale! Komm! Eine Chance, Bro! Ja, jetzt hast du noch eine Chance! Ja! Oh, Junge! Ich geb so Mühe, Alter! Ich geb mein Bestes! Ich drück jetzt mit dem kleinen Finger! Achtung! Mit dem kleinen Finger! Ich probier's grad! Mit dem kleinen Finger! Ich mach mein absolut Bestes-Game, Bro! Mit der Nase! Bam! 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 Ich klatsche es aber auch! Ich klatsche es aber auch! Ja! 10.000 Robux bitte einmal an mein Roblox-Konto! Ja, Junge! Okay! Weißt du was? Du hast 10.000 Robux alleine für dieses Video ausgegeben! Also ist das eigentlich nur fair, okay? Pay to win einfach! Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da abonniere! Checkt auch gerne den Verlierer-ID-Blox ab! Das ist ein Verlierer, Mann! Und dann sollst du nicht sagen, siehens von uns in der Folge, Leute! Bis dahin, wir sind raus! Ciao!